Guten Tag, liebe Besucherinnen und Besucher. Ich bin Natascha Bhagapur Khashani, die Kustodin für den Alten Orient und die Klassische Antike. Und heute habe ich sie in eine unserer Schatzkammern hier geführt, in das Depot für die Klassische Antike, den Alten Orient und auch für Objekte aus dem Mittelalter. Wir haben insgesamt um die 350.000 Stücke, die wir bei uns aufbewahren, pflegen und erforschen. Ich möchte heute ein ganz besonderes Stück vorstellen, eine sogenannte Wasserauslaufuhr. Eine Uhr dient der Zeitmessung und dieses Stück stammt aus der römischen Zeit. Und wir wissen ja, wie fand die Zeitmessung früher statt, nämlich hauptsächlich mit Sonnenuhren. Aber was passierte denn, wenn es bewölkt war? Dann hatte man Pech und konnte die Zeit nicht mehr ablesen. Also wurden andere Systeme entwickelt und schon in ganz früher Zeit im Ägypten des zweiten Jahrtausends vor Christus wurden sogenannte Wasserauslaufuhren entwickelt. Und das früheste Stück, das wir kennen, das stammt aus dem 14. Jahrhundert vor Christus und das wurde auch tatsächlich ausgegraben und entdeckt. Aber das einzige vollständige erhaltene Stück in dieser Form aus der römischen Zeit, das ist bei uns im Haus. Ja, Wasserauslaufuhren kennen wir hauptsächlich aus den schriftlichen Quellen. Zum Beispiel Vitruf aus dem ersten Jahrhundert vor Christus beschreibt ziemlich genau, wie diese Wasserauslaufuhren funktioniert haben. Und wir wissen, dass auf der Athena Agora eine Wasserauslaufuhr stand, also in sehr großer Form als Gebäude. Und dieses Stück ist natürlich jetzt ein kleineres Objekt, aber es hat auch noch eine Inschrift und es wurde offenbar geweiht von einem gewissen Marpellianus. Der Name sagt, dass es sich wohl um einen Gallier gehandelt hat und dass diese Person laut Inschrift auch einen wichtigen Posten besetzt hatte. Also muss diese Person auch wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen haben, um so ein technisch exaktes Gerät herstellen zu lassen und der Gottheit zu weihen. Die Römer haben die Zeit in Tag und Nacht eingeteilt, in jeweils zwölf Stunden. Das ist natürlich dann schwierig im Winter, wenn plötzlich die Stunden kürzer werden. Und so muss man auch die Geräte anpassen und eichen. Und das sehen wir hier in unserem besonderen Stück. Diese Wasserauslaufuhr hat nämlich ganz feine Linien, die schräg dargestellt sind. Und wenn dann das Wasser langsam absickert, dann guckt man immer an der Markierung für den jeweiligen Monat auf die entsprechende Uhrzeit. Und ganz wichtig war der Pfropfen des Wasserauslaufs. Der ist bei unserem Gefäß mit einem ganz kleinen Goldbatzen ausgeformt und einem ganz kleinen Loch. Und warum Gold? Nämlich aus dem Grund, weil Gold nicht korrodiert und Gold nicht verstopft und auch nicht das Loch größer werden lässt. Dadurch bleibt der Wasserauslauf immer konstant und wir haben eine gute Eichung. Dieses Gefäß, diese sogenannte Klebshydra, wurde jeweils für einen Tag verwendet und musste, wahrscheinlich von einem Sklaven, jeden Tag wieder neu befüllt werden und jeden Tag wieder neu gepflegt werden. Wir können davon ausgehen, dass dieses Stück aus einer Badeheilanstalt in Westfrankreich stammt, also dem damaligen Gallien, dann geplündert wurde von den Alemannen, wahrscheinlich im dritten Jahrhundert nach Christus. Daraufhin wurde dieses Stück irgendwie im Rhein versenkt, möglicherweise, denn die Aussage ist, dass es aus dem Rhein kommt und die Ablagerung lassen auch vermuten, dass es in einem Fluss gelagert war, das Stück. Es ist also sehr naheliegend und Ähnlichkeiten dieses Stücks mit Alemannen Hortfunden, lassen darauf schließen, dass es in diesem Kreis einzuordnen ist.